Musik 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 So, Böller-Schütze spannen den Hahn, den Böller ansetzen. Feuer bei 0, ich zähle rückwärts von 3, 3, 2, 1, Feuer. Das ist keine Waffe, das ist kein Gefängnis. Das wird seine Frau entjungfotzen. Ein großer Moment. Die sind getauft schon. Die Schauf sind nicht schon. Ab sofort ist der geladen, kannst du sehen. So, jetzt fällt gleich die Schaukel um. Ich schätze, der wird auch 30 Gramm eingestellt. Dann geht es sonst mehr. Okay. Gut. Den Böller bitte spannen. Wir sagen, in diesem Fall Böller selbst dran. Stabilen Stand. Suchen. Wichtig. Ich zähle runter. Geschossen wird bei 0. 3, 2, 1, 0. Wow. Das hat euch schon ganz in der Anrufe funktioniert. Gut. Hatt ich eigentlich gedacht, dass jetzt... ... ... Alles klar. Wir haben 4,7. Weitere vor. Benutрий und Thorin. Handeln darf ich auch früh. So, Völlerstütze, spann den Arm, Völler geht an, zähle rückwärts, bei 0, geschossen, 1, 2, 1, 0. So, Völlerschütze, den Arm spannen, Völler hebt an, schießen bei 0, zähle rückwärts, 3, 2, 1, 0. So, komm, einen machen wir noch. Du merkst vielleicht, dass man jetzt ein bisschen schwerer hat. Genau, jetzt wollen wir Tic-Tac. So, aufnehmen, ab sofort nur noch in Schlussrichtung. So, jetzt den Harn, die erste Rast, das ist ein Laderast, das merkt man sehr deutlich. Mit Zuschau, soll ich noch sein? Ja, jetzt machst du es gleich, bitte, ich schiebe es bitte einen Schritt zurück und mache dir die Ansagen und dann machst du das in der Reihenfolge. So, bitte den Harn spannen, Völler hebt an, Völler nach oben, leicht angewinkelt, schön festhalten und ich zähle runter und bei 0 kannst du schießen. 3, 2, 1, 0. Oh, gut, danke. Was denn für ein Hammer haben wir da nicht. Das war mein Erd. So, den Harn spannen, Völler hebt an und Schuss bei 0. 3, 2, 1, 0.